Das ist irgendwie ganz schlimm entzündet, das wäre keine Ahnung. Okay, Frank, dann... Ich bin gleich daheim. Melden wir uns später. Ganz, ganz liebe Grüße an alle, an die ganze Gesellschaft. Du kannst mir auch ein schönes Foto schicken, ne? Musst du nicht, ne? Musst du nicht, ne? Ja? Und pass auf, die Augustine, ne? Denk immer noch dran, dass du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Ich will nur nicht, dass dir etwas passiert, Frank, ja? Sei vorsichtig. Ach, okay. Drei sind erlaubt, ja? Wenn du dir dann deinen Kopf... Ja. Mach das doch. Du kannst mal ein Bierchen noch darunter schlucken, Frank, also... Aber mach, was du willst, ja? Und melde dich dann später. Nee, ich bin keine große Schin. Bis spät, Frank, ja? Tschüss. Und dann gibt es dieрач- Die Leute reinstecken. Ja. Ciao. Also, die Leute restrichen. Irrein. Hö. Ja. 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 ... 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 Ich bin jetzt in der Verlangen. Ich bin nur für Psy. Und für Tomika, wenn du ihn nicht mehr sagen kannst, dann kann ich mir nicht mehr auf meine Schuhe. Und dann? Ja, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020